Zeit für eine sehr, sehr, sehr temperamentvolle Frau, mit 18 kann man doch fast sagen, Mädchen. Sie ist deshalb so interessant, weil sie einfach ihren Gefühlen freien Lauf lässt. Also wenn die sich irgendwie benachteiligt fühlt oder die kleinste Kleinigkeit passiert, explodiert die Chiara. Komm rein! Scheiße! Hallo! Chiara, was ist denn heute wieder passiert? Was gefällt dir denn heute? War eigentlich schon was Schlimmes passiert. Ich habe meine Jacke gefunden. Sie war an der Schmink... Wie heißt das? Schminkst du, Ole? Am Schminktisch, ja. Am Schminktisch. Und ich habe drei solche Löcher in meiner Jacke gehabt, komplett verbrannt. Aber gut, wir sind jetzt an einem anderen Punkt. Ich muss jetzt Gas geben und ich hoffe, ihr habt alle Spaß und wir werden alle jetzt zusammen tanzen. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And when you're done, I'll make it, do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, 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 oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make it, do it all again. All again. And when you're done, I'll make it, do it all again. And when you're done, I'll make it, do it all again. I mean, der Titel passt zu dir wie Faust aufs Auge, finde ich, ja. Aber so einen Titel muss man natürlich erst mal finden, weil du hast das toll verkauft und du bist da toll in die Knie gegangen, du warst sehr selbstbewusst, fand ich wirklich klasse, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dass du mit die beste Entwicklung gemacht hast von allen. Wenn ich jetzt mir das Casting her schaue und den ersten Recall und heute, du stehst hier selbstbewusst vor jetzt ein paar Menschen in der Live-Show werden es natürlich mehr sein, also gut ab, Respekt, hast du echt gut gemacht. Ja, Kiara, du bist sehr natürlich in deiner Art, wie du Energie ausstrahlst. Ich habe mich entertained gefühlt und konnte mich zurücklehnen und einfach deine Performance genießen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.